Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller setzt die Predigtreihe Die Macht der Worte mit dem Thema Wirklichkeit fort. Worte helfen Brücken zu bauen. Es gibt einen richtigen und einen falschen Weg mit jemandem zu sprechen. Deshalb ist es wichtig, welche Worte und welche Tonlage Sie verwenden. Üben Sie zu fragen, was andere fühlen sollen. Andere sollen Mitgefühl und Verständnis spüren aus dem, was sie sagen. Entdecken Sie Hour of Power mit Bobby Schuller. Die beste Stunde im Fernsehen.